Dschungel-Pokémon Diese Wasserprobe wird der endgültige Beweis für die Existenz der heilenden Quelle sein. Wir sind vom Hauptquartier hierher versetzt worden. Gibt das die heilende Quelle? Wenn jemand, den ich nicht besiegen könnte hier, würde ich jemals auftauchen sollte. Würde ich dich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln beschützen. Jetzt müssen sie gegen uns kämpfen. Siegner!